Hallo, ich bin Herr Blümchen. In unserer bekannten und berühmten Serie Tiere, die im Haushalt helfen, haben wir uns heute wieder ein ganz besonderes Tier eingeladen, das im Haushalt hilft. Nein, weg, du bist nicht das Tier, das eingeladen ist. Haben wir uns ein Tier eingeladen, das im Haushalt hilft, nämlich die Katze Minky. Minky, die Katze, hilft gerne im Haushalt. Das ist die Maus, jetzt schauen wir mal, wo Minky, die Katze, bleibt. Da ist sie. Hallo Minky, wie hilfst du denn im Haushalt? Aha, sie hilft im Haushalt, indem sie Klopapier von der Rolle zieht. Das ist interessant. Aber auch ein ganz schön langweiliger Job, glaube ich, so auf Dauer. Und außerdem braucht man ziemlich viel Klopapier. Na gut, beim nächsten Mal werden wir mal sehen, ob wir ein Tier finden, was ein bisschen sinnvollere Tätigkeiten im Haushalt ausübt. Das scheint mir hier nicht so der Renner zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.